Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Enginesight. Heute geht es um den Advanced Stuff sozusagen und zwar, falls ihr noch mehr automatisieren wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, denn es gibt eine API von Enginesight, die quasi alles kann, was ihr so auch machen könnt. Und ja, das ist natürlich logisch, denn irgendwie muss man das ja über die Plattform auch machen können, aber ihr könnt eben so euren eigenen Code verwirklichen. So, dazu brauchen wir zunächst einmal ein Access Key inklusive Secret und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, denn es passiert häufiger mal, das ist eine der Hauptschwachstellen tatsächlich mittlerweile sogar, und zwar, wenn ihr auf einer Plattform wie zum Beispiel Enginesight einen Access Key inklusive Access Key Secret anlegt, dann ist das wie ein Benutzername, Passwort, nur eben, dass man es nur über die API benutzen kann. Und wenn ihr das in euren Bot reinmacht, also zum Beispiel, wir schreiben jetzt gleich mit Python ein paar Zeilen, wenn ihr jetzt hierher geht und wirklich den Access Key und das Secret einfach so verwendet und die öffentlich lasst, also jeder kann sie sehen, zum Beispiel, indem ihr aus Versehen in ein öffentliches Repository postet, oder indem ihr aus Versehen diese Datei zum Download anbietet oder von außen erreichbar anbietet, dann kann es durchaus sein, dass dieser Hacker dann wirklich denselben Zugriff hat, wie euer Access Key, den ihr hier erstellt. Das heißt, es ist alles damit möglich. Also hier ein paar Worte der Warnung. Bitte genauso sicher aufbewahren, wenn nicht sogar noch sicherer als eure Passwörter und Logins, denn ja, Multifaktor gibt es hier leider nicht, denn ihr könnt nicht jedes Mal, wenn ihr ein Bot starten wollt, der vielleicht einmal automatisiert mitten in der Nacht läuft, könnt ihr nicht jedes Mal eben einen Key abfragen. Das funktioniert leider nicht so einfach. Okay, genug gesagt, jetzt lasst uns mal einen Access Key erstellen und wir nennen den jetzt hier einfach mal, wie nennen wir den, Morpheus Key. Dann nennen wir die Umgebung, das wäre in dem Fall allgemeine API-Nutzung, denn wir wollen ja die API ansprechen und wir sagen Access Key hinzufügen. So, und jetzt kann ich mir hier meine Access Key ID und das Access Key Secret rauskopieren. Das mache ich mal ganz kurz. Anschließend wechseln wir hier mal ganz kurz rüber auf die API. Ich würde euch immer empfehlen, die API zu lesen, wenn ihr irgendwie was braucht, was ich jetzt hier natürlich nicht sage. Ich werde euch nicht alles vorlesen, aber das liegt ja natürlich auch stark an euch, was ihr hier braucht. Und hier können wir dann sagen, enginesite.com.api und ja, wir gucken erst mal, was wir so für aktuelle Informationen über den Benutzer haben. Das heißt, wir holen uns den Nutzer über einen Get-Befehl einfach via Request. So, und jetzt werdet ihr mich gleich anpflaumen, dass ich euch meinen Access Key ID und mein Secret zeige, aber ich bin zu faul, das auszublurren. Was ich machen werde, ist natürlich, sobald ich dieses Video hier fertig aufgenommen habe, wird dieser Key wieder gelöscht werden. Das heißt, ihr könnt das gar nicht benutzen dafür, um irgendwas jetzt da dran zu ändern. Also, ja, der Key ist natürlich nur für die Dauer dieses Videos hier gültig und danach sofort wieder weg. Bitte behandelt eure Keys trotzdem sorgfältiger als das, was ich jetzt hier gerade mache, denn ich glaube, die allerwenigsten wollen so ein Video hier gerade veröffentlichen. Okay, was wir jetzt also machen ist, ich habe hier schon mal Requests importiert in ein neues Python-Projekt und wir sagen hier jetzt einfach mal ganz kurz, r für Result oder Response oder sowas ist gleich requests.get und hier können wir die URL angeben, das wäre in dem Fall, naja, wechseln wir noch mal ganz kurz rüber und schauen uns das an. Wir sind hier, das heißt, wir brauchen get v1 users me, ich mache das hier mal kleiner, dass ich leichter hin und her wechseln kann. Das heißt, wir brauchen das hier, aber wir brauchen natürlich hier vorne dran auch noch die normale URL und hier sage ich jetzt einfach mal base URL dazu und die base URL, die holen wir uns selbstverständlich hier auf der rechten Seite, das wäre https-engine-site-api.engine-site.com. So, also einfach das hier und dann sehen wir hier, okay, das wären doppelte Slashes, das heißt, wir machen hier mal den Slash ganz kurz weg und hier machen wir einen Format-String draus und packen hier die base URL rein. Vielen Dank, sogar direkt den Format-String draus gemacht. Wunderbar. So, damit habe ich direkt einen Call gemacht. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwie diese Information hier zurückholen. Wie mache ich das? Also, wie kann ich eigentlich meine Information hier, meine Key-ID und mein Secret weitergeben? Nun, zunächst einmal lasst uns hier einmal ganz kurz r ausgeben und zwar r.text. Lasst es uns einfach als Text ausgeben und wenn ich das jetzt ausführe, dann werden wir hier gleich sehen, ah, Status-Code 401, das heißt, ich darf auf diese Information oder ich kann da nicht drauf zugreifen, weil ich natürlich hier nichts angegeben habe. Wenn ich jetzt allerdings nochmal hier gucke und zwar, ups, ich benutze das Gold offensichtlich, hier oben wird mir angegeben, wie genau ich das eigentlich angeben muss. Das heißt, die Access-Key-ID und das Access-Key-Secret, die muss ich ja beide angeben. Also kann ich hier einfach sagen, okay, wir geben das Ganze im Header an. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, normalerweise würde man das eher im Out erwarten, aber ich kann das natürlich hier auch im Header machen. Und hier gebe ich einfach meine Access-Key-ID und mein Access-Key-Secret ein, jeweils hierfür. Okay, also, wie mache ich das? Nun, ich gebe hier einfach meine Headers an, headers ist gleich, ups, und das sind Tupel, äh, nicht Tupel, das ist ein Dictionary und da kopiere ich mir einfach diese Werte raus. Einmal die Access-Key-ID, das ohne Enter und natürlich brauche ich hier die Key-ID und als nächstes, als zweiten Wert sozusagen, das X-NGS-Axis-Key-Secret, das ich hier angebe und das wollen wir hier haben, so, Doppelpunkt und hier muss natürlich das Secret rein. So, jetzt schauen wir nochmal nach, was wir hier bekommen und starten das Ganze mal und wir sehen hier Konflikt. Okay, offensichtlich hat es schon funktioniert, wir haben uns anmelden können, aber irgendwie gibt es einen Konflikt, das heißt, wir können hier halt für diese API-Nutzung, können wir nicht wirklich rausfinden, wer ich denn jetzt wirklich bin, denn ich, also die API, hat ja nicht die Möglichkeiten, sich selber auszulesen, also das geht ja einfach nicht. Was ich allerdings machen kann, ist natürlich, ich kann hierher gehen und zum Beispiel meine Hosts auflisten. Das heißt, ich mache hier mal ein Get V1 Hosts, ups, das machen wir hier hinten dran, und damit kann ich das starten und wir sehen hier, okay, Hosts, Scheduling, Updates, Enabled, False, Expression, 0, 0, 0, dann haben wir hier Exception, Swim, Lib, C und so weiter, Only Security und sehr, sehr viele weitere Informationen. Also, wir sehen hier wirklich, das ist eine Liste an Hosts und wir können jetzt mit diesen Hosts machen, was wir wollen, also ihr könnt damit alles automatisieren. Ihr seht hier übrigens auch, wie sowas aussehen kann, also ein Host kann sein, Laptop, HP, bla bla bla, also wir sehen hier, das ist eine Liste an Hosts, ja, diese Liste bekommen wir ja hier auch zurück in Hosts und wir haben hier dann eben die Möglichkeit, den Namen auszulesen, den Alias auszulesen, Description, Tags, Operating System, Nicknames, beziehungsweise nix, hat eigentlich nix mit Nicknames zu tun, sorry, das war gerade irgendwie ein freudscher Versprecher, dann haben wir hier die Flaggen und so weiter und so fort, eben die Adressen, ja, also so können wir alles mögliche damit machen. Wir können natürlich, wenn wir das Ganze posten, also statt hier einen Get, einen Postbefehl machen, können wir hier eigentlich auch Hosts hinzufügen, das heißt, wir können hier einen neuen Host posten, indem wir einfach zum Beispiel sowas hier rein machen. Wir können alle Hosts per ID eben uns auslesen, das heißt, wir können die Information an sich auslesen über einen Host, achtet darauf, die IDs findet ihr dann, wenn ihr quasi alle Hosts euch listen lasst und dann habt ihr hier eben noch weitere Möglichkeiten, also zum Beispiel Hosts zu holen, Hosts zu updaten, also quasi sie zu verändern, sie zu löschen, einen Report zu generieren. Ja, also im Endeffekt könnte ich hier wirklich das Allermeiste automatisieren, wie gesagt, die API wird immer noch gebaut, beziehungsweise überarbeitet, wir haben es hier gesehen, V1, das kann gut sein, dass da irgendwann mal eine V2 kommt, das heißt, schaut am besten in die API-Dokumentation selbst rein, wenn ihr irgendwo was sucht. Aber für an und für sich kann man jetzt schon relativ viel machen und wir sehen hier, das lässt sich zusammen mit den Webhooks zum Beispiel natürlich super kombinieren, also zum Beispiel einen Webhook, der eure Flask-App verbindet und dann könnt ihr irgendwie auf den Issue zugreifen und dann irgendwas damit machen, zum Beispiel mehr Informationen bekommen, wie auch immer ihr das alles braucht. Wie gesagt, es ist noch nicht alles soweit, dass man es wirklich komplett automatisieren kann, soweit ich das verstanden habe, aber man ist da dran und man baut immer noch mehr aus. Man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Start-up, ja, das heißt, da wird immer noch ordentlich viel dran verändert und viel verbessert. Dementsprechend kann ich euch hier auch keine aktuelle Version von eurer API zeigen, wahrscheinlich, je nachdem, wann ihr das Video seht, aber ich hoffe, dass ihr damit sehr, sehr gut Dinge automatisieren könnt. Gut, das war es von meiner Seite, das war es auch mit dieser Reihe zu EngineSight. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, mal zu sehen, wie IT-Security-Monitoring wirklich in der Praxis umgesetzt wird und was man damit alles machen kann und ja, wie viel man auch tatsächlich eigentlich optimieren kann und automatisieren kann. Eigentlich ist Security, wenn man es mal eingerichtet hat, doch gar nicht mehr so schlimm, würde ich mal behaupten. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das ganz gerne und was würdet ihr gerne noch sehen im Bereich IT-Security von mir? Also nicht nur Pentesting oder sowas, sondern natürlich auch die Blue-Seite, das heißt, die Verteidigungsseite, wie eben auch hier das IT-Security-Monitoring, was auf jeden Fall der erste Schritt sein sollte für jedes gute Blue-Team. Also generell ein gutes Monitoring aufzusetzen. Gut, das war es von meiner Seite, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.